hallo und herzlich willkommen zu part 35 von modern skyblock 3 ja im letzten part haben wir ja open ether das kapitel gemacht beziehungsweise den ether mod wie auch immer ja und in dem part wollen wir jetzt erstmal anfangen mit environmental tech und ja das machen wir auch direkt ich habe dafür schon mal hier die questreihe rausgesucht die wir machen müssen und ja schon einiges tatsächlich an rezepten hier beigebracht man sieht zum beispiel hier organic black die weil wir es brauchen dann dürfte hier irgendwo ein flug transposer mit black concrete sein dann haben wir hier irgendwo ganz viele sachen von diesem mod mit drin und hier sind noch weitere die verrutschen ja in den zeilen immer mal wieder ein bisschen macht aber nichts also da habe ich jetzt schon einiges beigebracht und dazu muss ich jetzt hier kurz noch mal unten was zeigen und zwar hier haben wir dann den flug transposer mit water den habe ich hier hingesetzt weil wir hier schon wasser haben und ja da kann ich dann hier die verschiedenen rezepte reinlegen die vielleicht noch brauche damit ist dann diese line tatsächlich aus gemäxt weil wir haben jetzt hier 31 von 32 kanälen die im moment aktiv sind allerdings hängt ja hier hinten auch so einen tockel bus mit dran der dann getockelt wird und ja dementsprechend müssten wir jetzt 32 von 32 kanälen haben je nachdem ob der gerade aktiv oder nicht aktiv ist er sollte mir jetzt glaube ich 32 anzeigen naja auf jeden fall ich weiß es nicht in welche richtung ist aktiv ist ob wenn die lampe an ist oder nicht aber egal auf jeden fall endlich mal wieder eins komplett ausgenutzt also hier kann ich jetzt keine weitere maschine mehr hinzulegen außer ich ja neben von da drüben dann kanäle gut das haben wir dann da dazu dann gehen wir wieder hoch und warum wir das alles brauchen werden wir jetzt gleich sehen wenn wir die verschiedenen sachen kraften erstmal brauchen wir die lutherite crystals und den assembler das sollte kein problem sein haben dafür geben wir jetzt hier mal ein environmental tech ein und dann sehen wir schon hier haben wir schon einiges ich gehe da gleich mal auf die zweite seite weil das eigentlich die wichtigere seite ist das hier sind alles nur blöcke die man machen kann die aber ja nicht unbedingt nützlich sind das hier ist vor allen dingen das was nützlich ist das was bringt so davon machen wir dann mal ein wie man sieht man bekommt vier stück raus aus ein bisschen grüner farbe und leiben das habe ich auch mal beigebracht ist ja nur kaktus und bauen mir flint und ja ein bisschen diamonds und dann hat man diese live right crystals also ziemlich einfach kann man wunderbar kraften und dann brauchen wir noch den assembler damit diese quest dann komplett ist dafür nutzen wir dann einen von den zwei obsidian und fertig ist das ganze und er sollte die quest aktualisieren tut er aber nicht jetzt tut er das wunderbar gut dann haben wir das dann müssen wir einmal einen volt resource meiner machen tatsächlich den habe ich noch nicht vorbereitet das kriegen wir aber auch noch hin und erodium das ist das was wir tatsächlich dann wirklich brauchen das ist auch das was viel zeit braucht und zwar ja braucht jedes tier von den ohrminern das nächste tier braucht dann immer eine ressource die man du mit dem vorigen tier bekommt das heißt tier 1 gibt einem jetzt erodium crystals und das nächste tier gibt einem dann karonite crystals sieht man dann braucht man dafür ein tier 2 weit ohrminer um himmels willen und so weiter und dann für die letzte ressource ist glaube ich iron hat nee das ist tier 4 ja genau das hier das kriegt man dann mit einem tier 5 beziehungsweise mit einem tier 6 und ja das zeug ist das was wir am schluss dann brauchen um tatsächlich auch ein tier 6 gold ohrminer zu machen wie man hier sieht da braucht man die blöcke davon was jeweils neun stück von den kristallen sind und darauf arbeiten wir hin und das dauert ein wenig gut dann machen wir mal den word ohrminer tier 1 den habe ich mal ein programmiert weil es einfach ein bisschen schneller geht man sieht da braucht man verschiedene komponenten dafür sind ja alle eingetragen im automatisierungssystem geht wunderbar und dann sollten wir das ding auch relativ schnell haben geht jetzt einfacher als wenn ich da anfangen würde und raussuchen würde was ich da brauche so assembler entweder so ja genau einmal ein links klick dann bekommt man angezeigt was man alles braucht und zwar einmal für tatsächlich das tier was man im moment hat also tier 1 ist das obere ähm und das hier wäre tier 2 in dem fall ähm für das nächste tier was wir da für die maschine brauchen dass wir das vorher schon wissen weil wenn wir das upgraden müssen wir natürlich auch bessere structure frames machen und die structure frames wiederum brauchen wieder dann die entsprechenden tier crystals und äh ja die sind ja sehr langwierig zu bekommen gut das heißt wir brauchen 24 structure frames tier 1 und das sollte kein problem structure frames tier 1 wie viele waren das jetzt um himmels willen wenn ich nicht aufpassen 24 stück so 24 und dann sieht man wir brauchen dafür black concrete tatsächlich ähm ansonsten das ist glaube ich nur redstone und eisen und so weiter also sind ja wie man sieht nicht viele grundressourcen die man braucht ist eigentlich relativ einfach zu machen dauert halt nur einen moment so dann hat er das dann brauchen wir was brauchen wir noch 20 structure panels structure panels können wir hier haben auch auto craften kein problem 20 stück davon braucht vor allem eisen und ein bisschen gold und redstone kriegen wir also auch ganz gut hin dann haben wir die beiden sachen schon mal das kann übrigens auch weg das brauchen wir gleich und halt t genau für den chat hier wir brauchen zwei laser cores und eine laser lens of any type weil wir können auch spezifizieren was wir haben wollen das können wir allerdings jetzt auf crystals noch nicht dafür müssen wir noch ein bisschen warten aber dann können wir die crystals spezifizieren dann bekommen wir davon mehr sollten wir zumindestens ja ist hier anscheinend relativ weit runter gedreht von der chance her meint sich das jetzt nämlich mal anguckt wir haben jetzt hier bei einer clear lens die wir benutzen dann eine chance von 1,39 prozent und mit einer crystal laser lens haben wir dann tatsächlich 6 prozent also auch nicht gerade hoch und ja das dauert dann ein bisschen aber dafür brauchen wir eben sechs von diesen blöcken und wir brauchen sowieso sehr viel von dem also ja, darf das am Anfang erstmal ziemlich lange laufen und ich glaube sogar, ich werde mehrere von den Dingern aufbauen weil das einfach so ewig dauert gut, dann haben wir das, damit ist eigentlich auch die Quest zumindest teilweise erledigt was ich jetzt noch ganz gerne hätte, wäre tatsächlich Fluxducks at Thermal und das sind nicht genügend da hätte ich ganz gerne noch ein paar mehr, wo sind sie denn hier sind sie, davon machen wir nochmal bitte 500 oder so und dann sollte das auch kein Problem sein das dauert jetzt halt noch ein bisschen, so dann haben wir das aber, Energie haben wir ja genug das ist gar kein Problem das sollten wir also hinkriegen und ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier hin, das sollte die Mitte sein, jetzt habe ich allerdings natürlich vergessen zu messen wo denn hier die Mitte ist das wäre auch nicht schlecht wenn ich das wüsste dann kann ich das zumindest einigermaßen zwischen den zwei Dingern aufstellen ich denke, das sieht dann ganz gut aus ich meine, woanders hin machen kann man sie immer noch das ist gar kein Problem aber ich möchte das ganz gerne erstmal zentral hier zwischendrin haben die werden nämlich relativ groß auch also von daher braucht man dann später schon ein bisschen Platz dafür dann passt das hier nämlich ganz gut so, dann machen wir hier gehst du runter den einen weg und dann da drüben den einen weg und dann können wir das eigentlich mit Winminer ganz gut wieder abbauen so, wunderbar schon ist es wieder weg und dann haben wir das ja, dann brauche ich eigentlich nur noch den hier und dann hält man hier einfach den Rechtsklick gedrückt und schon sollte sich eigentlich alles aufbauen sollte dann relativ ja, schick aussehen das Ding sollte nach unten natürlich freie Sicht haben das sieht man dann wenn dieser Laser hier entsteht und ja, so sieht dann Tier 1 aus nicht ganz so groß wird natürlich langsam aber sicher größer je höher der Tier ist so, das Ding hier connecten wir dann hier noch da ich jetzt hier gerade Energie habe werde ich das jetzt einfach mal hier herziehen das mache ich dann ein bisschen schöner wahrscheinlich aber jetzt erstmal der Einfachhalt halber machen wir es so damit das Ding dann schon mal Energie hat und was auch nicht schlecht wäre und halt das Werkzeug kann ich dafür nicht benutzen sonst wird das komisch so was auch nicht schlecht wäre wäre jetzt erstmal ein Crate für die Ressourcen tatsächlich zu sammeln ich habe ja eins dabei das stelle ich jetzt erstmal hier hin und da sollten jetzt langsam mal sicher Sachen auftauchen wie man sieht Kupfererz haben wir jetzt schon da drin und so weiter das Ganze könnte ich jetzt natürlich ins MI-System einlagern bin ich mir aber jetzt noch nicht ganz sicher ob ich das tatsächlich machen will ich werde wahrscheinlich hier einfach ein kleines MI-System tatsächlich aufbauen wo dann die ganzen Erze drin gespeichert werden und ja, man sieht schon es ist sehr, sehr langsam weil es halt wirklich das erste Tier ist und ja dann werde ich das ganze Zeug in einem MI-System speichern und ja mal schauen ob ich dann die ein oder andere Sache tatsächlich in das richtige MI-System importiere oder nicht da bin ich mir noch nicht sicher weil die meisten Erze an sich werde ich so nicht brauchen sind natürlich ein paar ganz interessante Sachen mit dabei deswegen möchte ich es auch schon auffangen und nicht einfach alles wollten außer diese Crystals die ich eigentlich brauche und ja, deswegen einfach hier ein kleines Disk Drive hin mit ein paar von diesen Disks und schon ist gut ich kann ja davon die ganz großen machen und dann habe ich sehr, sehr, sehr viel Platz und dann passt das, denke ich naja, das erstmal zu Environmental Tech da sind wir jetzt natürlich nicht weit gekommen ich hoffe vielleicht, dass wir noch Erodium tatsächlich bekommen und ja, ansonsten dauert natürlich dann ein bisschen das Einzige, was wir noch machen könnten wäre der Void Resource Miner tatsächlich den könnte ich noch aufbauen der Void Resource Miner sollte nicht so schwer sein at Environmental Tech den könnte ich dann nämlich auch noch aufbauen auch den werden wir nämlich brauchen auch der braucht ein bisschen Zeit und zwar haben wir den Void Resource Miner Tier 5 hier Tier 1 hätte ich ganz gerne das wäre dann der hier der braucht nur Obsidian Interconnects ja, das habe ich alles das kann alles gecraftet werden beziehungsweise ist bereits vorhanden er sollte also auch kein großartiges Problem sein fügen wir also hier hinzu und dann können wir einen Void Resource Miner machen der dürfte genau die gleiche Anzahl von den verschiedenen Blöcken brauchen wenn ich mich nicht täusche das werden wir aber gleich erfahren wenn dem der Fall ist dann werde ich auch den entsprechend aufsetzen und dafür werde ich auf jeden Fall ein eigenes MI System machen weil, ja, das Zeug möchte ich sicher nicht in meinem MI System haben da kommt vor allen Dingen, ja Stone, Granite, Diorite, Endesite und so ein Kram raus Grasblöcke, den ganzen Kram den brauche ich wirklich nicht in meinem MI System ich habe alles, was ich hier bekommen kann kriege ich auch anders und, ja gut, solche Sachen wie vielleicht Obsidian oder so wäre vielleicht noch interessant aber selbst das ist nicht unbedingt eine Sache die ich brauche weil, die habe ich auch hier hinten automatisiert also, ja mal gucken ob ich auch da dann welche Sachen ins MI System pipen werde aber, ja, vor allen Dingen stelle ich den auf eben um Mica zu bekommen Mica ist eine Sache die bekommt man nur über den Void Resource Miner und zwar mit einer White Lens werde ich das machen und, ja, das braucht man dann später sehr, sehr viel für die verschiedenen Modifier beziehungsweise für eine Sache die hier, doch, die ist hier mit dabei und zwar die Mica Lunar Cells die Lunar Cells ist, wie man sieht, ein anderer Mod und wir müssen einen Luna Controller Tier 6 tatsächlich machen ähm, warum weiß ich nicht aber ist halt in der Quest gefragt und dafür braucht man von diesen Lunar Cells einiges deswegen braucht man relativ viel Mica am Schluss und auch zwischendurch wird das Zeug gebraucht deswegen auch das werde ich dann entsprechend aufsetzen aber nicht jetzt jetzt kümmern wir uns erstmal weiter um Bienchen denn hier habe ich auch noch eine Sache gemacht ähm, die habe ich jetzt fertig gezüchtet tatsächlich äh, mit den verschiedenen Bienen die wir hier gebraucht haben waren, glaube ich, die beiden zusammen und dann, äh, kriegen wir hier äh, Supernatural kann man aber auch nochmal nachgucken tatsächlich ja, genau Enchanted und Charmed da habe ich mir hier entsprechend die lang genug laufen lassen damit ich genug Drohnen habe und dann kann man die Species da ja rausbekommen und so funktioniert das Ganze man sieht, es läuft auch schon eine Weile die, ähm, Pollen habe ich noch nicht rausgenommen die ganzen anderen Sachen hier ähm, habe ich schon rausgenommen und bin die auch fleißig am ähm, durchrühren durch die Maschine ähm, aber ja ich habe es gerade mal wieder entleert wie man sieht wenn man jetzt mal hier guckt da müsste nämlich dieses Crate schon wieder leer sein Wahnsinn das Ding ist echt schnell aber hier ist schon wieder einiges drin ähm, und hier die Dinger schmeiße ich dann hier wieder durch damit ich dann diese Silky Wisps bekomme um dann endlich mal diese Quest noch zu machen aber das wird noch einen Moment dauern bis das dann tatsächlich fertig ist naja, macht aber nichts ähm, arbeite ich langsam aber sicher dran ich könnte natürlich noch mehr Tropical Beasts da hinten hinfahren dann wird es auch schneller gehen aber, ja, gut so, dann für was brauchten wir eigentlich das? ähm, hier bin ich eigentlich schon richtig allerdings müssen wir dann Beasts und, äh, dann war es das hier genau Beast Collector stimmt dieses Ding ähm, ja müsst ihr jetzt eigentlich alles haben dann müsste ich das machen können Be Collector so, da müsste ich das Ding haben und, ja, damit ist das Ganze ein leichtes wenn man die Pollen hat und damit müsste dann auch diese Quest tatsächlich fertig sein kommt da noch irgendwas? nein, da kommt nichts wunderbar, dann habe ich ja eigentlich alles ähm, klar, hier sind natürlich noch ein paar Quests offen, die man noch machen kann die werde ich dann tatsächlich auch noch machen ähm, genauso wie das hier sollte ich eigentlich auch mal noch machen aber das ist vor allen Dingen auch noch Züchten von Bienen und so weiter und, äh, ja, das weiß ich noch nicht inwiefern ich das machen werde ähm, weißt du was? die Dinger können ruhig ins MI-System was sind die überhaupt? kann man die noch für was anderes benutzen? außer dieses Collector Jar? hm, anscheinend nicht ich wüsste noch nicht mal für was das Collector Jar ist ich nehme an, dass es in der Quest steht aber gut falls ich mir das durchlesen will kann ich das ja immer noch machen gut, dann haben wir auch da wieder ein paar Quests geöffnet wenn ich das richtig gesehen habe ja, haben wir nicht ein paar, sondern nur eine eigentlich allerdings, ähm, auch was sehr, sehr praktisches nämlich Chickens macht nämlich Chickens frei More Chickens and Roost und Roost ist ein ganz cooler Mod ähm, weil ich damit tatsächlich endlich was für unseren Server tun kann ähm, ja man hört's da oben schon das Gegacker ist nicht unbedingt, ähm, ja sehr gut für den Server da ist einiges los da unten drin da sind sehr, sehr viele Hühnchen und die legen uns hier auch fleißig Eier allerdings ja sind sie erstens laut und zweitens sehr viele Entities auf einem Platz das ist nicht unbedingt geschickt und daran möchte ich arbeiten und das kann man mit Roost wunderbar so, Roost müssen wir mal gucken was gibt's da an Chickens Quests ich hab nämlich keine Ahnung oh, fängt direkt an mit Roost okay, gut das ist natürlich sehr praktisch dafür brauche ich einen Chicken Catcher und Chicken Catcher sollte kein Problem sein und halte das nochmal gleich unten am Terminal ähm Catcher dann ist die Frage ob ich den hier finde oder ob ich es überhaupt richtig geschrieben habe ja doch ich hab's richtig geschrieben und da ist das Ding ein Ei ja, okay das sollten wir hinkriegen ich glaub, Hühnchen haben wir genug und Eier müssten hier auch drinnen sein ich weiß zwar nicht warum wir keins in unserem ähm MI System haben aber das wird sich gleich mal ändern weil ein paar Eier kann man immer gebrauchen und äh wir haben ja hier genug da kann man schon mal ein paar mitnehmen so alle Mann da rein eins dahin und dann haben wir einen Chicken Catcher ich glaube man braucht davon eigentlich nur einen weil die Durability ziemlich lange hält aber ich glaube er hat Durability also kann es sogar sein dass man davon tatsächlich mal mehrere braucht aber das wird man dann sehen so damit haben wir das dann ähm dann ja Smart Chicken das würde ich mal sagen machen wir mal als erstes tatsächlich ich bräuchte ein Buch ein Buch ähm sollte kein Problem sein Bücher haben wir und ich bräuchte zwei Chickens tatsächlich und ähm Entities haben wir ja hier drin äh hier drin es ist natürlich nur die Frage wo haben wir Chickens drin Chickens haben wir hier drin ich frage mich was das für Chickens sind sind das die Neter Quartz Chickens okay ähm Chicken Chicken klar hier sind nur Chicken drin haben wir dann hier noch ein Chicken drin hier haben wir ein Chicken und da haben wir ein Chicken ähm dann nehmen wir mal das Chicken und dann haben wir hier einen Schaf und ein Chicken wunderbar dann habe ich ja zwei Chickens das sollte eigentlich erstmal reichen tatsächlich dann kriegst du ein Buch und ähm ich hoffe dass der Server jetzt nicht abgeschmiert ist ne ist er nicht sehr gut ich muss es mit dem äh mit dem Buch klicken okay so habe ich jetzt zwei Smart Chickens tatsächlich die nehmen das Buch nicht weg sondern ich kann das Buch behalten und ähm ja ich muss jetzt nur mit dem Chicken Catcher okay nur 64 die ist es wenig ähm aber man braucht es eigentlich nur am Anfang also von daher dann kann ich nämlich jetzt hier die Smart Chickens einfach damit klicken zack und dann kriege ich eine Entity zurück und ich kann auch ähm falls ich eine Entity habe und will das wieder hinsetzen zack das wieder auf den Fußboden setzen und schon ist gut also das geht tatsächlich auch ähm ja das also da dazu so dann habe ich das eigentlich hätte ich ganz gerne noch zwei normale ähm Chickens tatsächlich Kau 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 Pick Kau Schieb Kau was auch immer ja mal gucken erstmal zwei Smart Chickens ich glaube das ist vor allem das was ich brauche und ich kann ja dann da hinten auch Chickens holen wenn ich das möchte beziehungsweise dann da wieder reinpacken gut das und dann gehen wir weiter mit ähm dem hier und dem hier Breeding ist jetzt natürlich die Frage es gibt zwei verschiedene Wege tatsächlich zu Breeden ähm und äh beide Versionen kann man machen wenn ich jetzt mal hier ähm Roost eingebe dann kriege ich hier die zwei verschiedenen Sachen tatsächlich haben wir das Zeug im MI System nein natürlich nicht warum denn auch Weizen braucht man nicht irgendwie na geh jetzt rein naja gut auch das sollten wir hier drinnen haben jede Menge und nehmen wir einfach mal ein bisschen mit weil kann man immer gebrauchen und du kannst ruhig da drinnen bleiben so dann nochmal hier hin und add Roost so jetzt aber den ganzen Kram da rein und dann können wir davon mal ein paar machen ich glaube davon werden wir mehrere brauchen ähm gerade diese Dinger hier werden wir häufiger brauchen und ähm auch den ist nicht schlecht wenn man davon mehr hat so und dann hätte ich ganz gerne Seeds ähm Seeds 11 Stück habe ich davon tatsächlich äh wow okay das ist wenig jetzt ist die Frage Seeds da hinten ne wahrscheinlich nicht gut aber ähm Weizen habe ich ja genug also von daher sollte das auch kein Problem tatsächlich sein davon einfach mal ein bisschen was zu bekommen gut damit habe ich dann diese zwei Quests ähm wo mache ich Chickens hin ich habe keine Ahnung ganz ehrlich eigentlich könnte man so schon fast zu Bienen machen weil es so ein bisschen auch dahin kommt tatsächlich ähm ja das Ding beziehungsweise halt doch Chicken Breeder ist eigentlich ganz richtig stellen wir mal hier hin ähm prinzipiell zwei Chickens rein miteinander breeden man braucht Seeds hier vorne drin und dann bekommt man Chickens raus und zwar auch bessere Chickens weil auch hier gibt es ähm wie bei äh den Seeds ein System mit drin dass man 10-10-10 Chickens machen kann und äh je besser das Chicken ist desto mehr legt es auch und desto schneller funktioniert es und so weiter und im Roost kann man das eben dann reinlegen und dann bekommt man hier Eier und wie man sieht es passen mehrere rein bis zu 16 Stück ist ganz praktisch und produziert uns so dann tatsächlich ähm ja äh Eier in dem Fall bei einem Smart Chicken aber möchte ich jetzt in dem Fall hier gar nicht da haben sondern ich werde die zwei Smart Chicken jetzt mal mit äh runternehmen einfach nur damit sie mir nicht weglaufen können und ich denke hier sind sie eigentlich ganz sicher und ähm dann zeige ich mal die andere Alternativform vom ja züchten wenn ich die jetzt ähm can't breed weil ja okay weil sie noch ein bisschen brauchen das ist natürlich schlecht normalerweise wenn man die jetzt gleich breeden könnte dann könnte man das gleich machen dann könnte man die so breeden dann wachsen lassen indem man sie hoch züchten äh also Seeds gibt und so weiter ähm dann wäre man damit schneller aber ich hab ganz vergessen dass die eine gewisse breedtime haben und das ist natürlich nervig ja okay ähm dann machen wir es eben auf den Weg wie es Roost vorsieht ist ziemlich zeitintensiv muss ich äh leider sagen ähm das dauert eine Weile also wenn man jetzt hier Seeds reinlegt dann sieht man hier langsam aber sicher die Prozente äh wachsen ja und wir haben halt nicht wirklich was um das Ganze schneller zu machen also da kommen jetzt dann wieder Smart Chickens raus äh und zwar bessere Smart Chickens und dann muss man die halt hier rausnehmen und da rein machen je mehr Chickens man auf einem Ding hat desto schneller geht es dann aber auch ähm ja ist halt sehr sehr zeitintensiv und äh ja nicht ganz so interessant naja Collecting von Roost ist noch ganz praktisch wenn man mehrere von diesen Dingern tatsächlich aufgestellt hat dann kann man ähm den da hinstellen und in einer 9x3x9 Area wie es auch schön da oben steht ähm Collected der dann von allen Roosts tatsächlich die Items und man kann den dann nur daraus pipen ansonsten müsste man halt jeden einzeln an ähm pipen und so ist es halt ja wie bei einem Controller oder Barrel Collector oder wie auch immer ja ist ganz praktisch können wir auch schon machen ist eigentlich kein Problem so äh Diet Chicken ja das ist auch noch eine schöne Sache das werde ich allerdings mal kurz offscreen dann machen ähm die ganzen Diet Chickens machen von jedem braucht man ein Ei und ich glaube ähm wenn ich jetzt mal kurz ähm gucke ähm dann müsste rein theoretisch sind die hier mit dabei ja die sind hier mit dabei ähm Colored Egg Throwing bis jetzt schon 50% durch ist lasse ich das mal noch durchlaufen vielleicht kriegen wir noch ein zweites und dann ist das schon mal ein bisschen schneller ähm so das ist dann diese Quest und ansonsten haben wir dann braucht Diet Chickens Tier 2 Chickens okay und ansonsten haben wir dann ja sehr sehr viele schöne schöne Sachen das hier braucht noch Chemical Reactor okay das ist natürlich eine ganz andere Questline Chemical Reactor bekommen wir in Reborn Technology dafür brauchen wir Advanced Mechanism und in Mechanism fehlt uns noch der Boiler wenn ich das richtig weiß ähm Advanced Mechanism da haben wir es doch hier genau da fehlt uns noch der Boiler und Creating Heat und so weiter ähm ja sind eigentlich auch nur Crafting Tasks ist nicht wirklich was was schwierig ist ähm werde ich dann also auch mal Offscreen noch machen dass wir auch dahin dann kommen und jawohl wir haben jetzt zwei Chickens dann kann ich jetzt die praktisch austauschen und ähm die beiden zusammen machen und dann sollten wir hier ja direkt ähm 5,5,5 oder höher sogar rausbekommen und dann sehen wir das und die Chickens ja mal gucken was ich mit denen dann mache wahrscheinlich erst mal sammeln in einem entsprechend großen Container und ja sehr gut das Ding läuft nicht mehr ähm ja nehmen wir da einfach mal so ein Storch Crate mit und sammeln den Kram erst mal und dann schauen wir mal was wir mit den Chickens machen man kann Hühnchenfleisch draus machen und das ist eigentlich auch schon das Einzige weil wenn man dann 10,10,10 Chicken tatsächlich hat braucht man diese Chickens eigentlich nicht mehr wirklich und ansonsten außer gebratenes Chicken draus machen ist hier nicht viel naja mal gucken egal werden wir dann sehen und das Ding ist auch schon wieder fast durch dann schauen wir mal was wir diesmal rausbekommen bin mal gespannt ein 3,4,5 Chicken welches davon ist schlechter ähm ne ich weiß es nicht tauschen wir es mal so aus und lassen euch mal weiter machen gut dann wie gesagt mache ich mal einen kurzen Cut kümmere mich mal gerade um diese Sachen die ich offscreen machen möchte und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so da bin ich wieder und wie man sieht ich habe noch 16 Red Chicken ähm Eggs in meinem Inventar und ja so habe ich das eigentlich jetzt für alle anderen auch gemacht ähm 16 Eier in die Hand genommen das ist genau ein Stack wie auch bei den anderen Eiern und die dann durch die Gegend geworfen und ja wie man sieht ich habe ja sehr unterschiedliches Glück gehabt Lapis Lazuli zum Beispiel habe ich sicher mehr als 16 gemacht da habe ich sicher zwei Stacks oder sogar fast drei Stacks gemacht ähm und habe nur zwei rausbekommen bei anderen habe ich nur einen Stack gemacht und habe sieben rausbekommen ich glaube das war das höchste ähm ja es ist doch schon sehr unterschiedlich teilweise hat man Glück meistens hat mit 16 das ganz gut geklappt dann habe ich immer zwei, drei Stück rausbekommen das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und wenn ich eben noch nicht zwei hatte habe ich nochmal acht gemacht und dann nochmal acht oder nur vier je nachdem ähm wie ich gerade dachte hm das müsste jetzt aber rauskommen und äh ja meistens kam dann auch relativ schnell noch ein zweites bis eigentlich bei Lapis und äh irgendeine Farbe war noch mit dabei ach genau Magenta ähm ja da habe ich auch ewig gebraucht aber naja gut ähm nicht weiter tragisch so damit habe ich dann die verschiedenen Farben tatsächlich von den ähm Chickens fertig nur bin ich jetzt hier in einem ganz falschen Quest Chapter und es wäre nur eins oben drüber gewesen naja okay ähm damit habe ich das komplett ähm naja weiter kann ich jetzt erstmal nicht machen außer natürlich das hier ähm Collecting Roost äh Roost Collector na gut das könnte ich eigentlich wirklich mal machen ähm Roost Collector so dann hätte ich das nämlich auch fertig da kann ich äh Chicken nehmen was auch immer ich will und da wäre jetzt einiges wobei dann nehme ich mal was was ich nicht unbedingt äh gebrauchen kann ähm nämlich hier so ein so ein Chicken ähm was weiß ich was ich sowieso nicht mehr brauche wieso liegt hier ein Blümchen jetzt steht es so und äh dann habe ich äh den Roost Collector weil da kann ich alle nehmen und warum sollte ich jetzt eins nehmen was ich ähm ja noch gebrauchen könnte ähm auch wenn ich es mehrfach habe so dann habe ich Collecting von Roosts fertig äh den Roost Collector mache ich jetzt einfach mal hier hinten mit dazu dann passt das denke ich ähm die ganzen Chickens hier ähm ja kommen jetzt auch einfach mal hier mit dazu die verschiedenen Chickens brauche ich alle dann um zum Züchten und ähm ja wie man sieht der hat jetzt 0 Durability der der nur noch ähm also der ist noch komplett deswegen habe ich mir mal noch 9 gemacht und dann passt das und hier habe ich jetzt äh 10 10 10 Chickens drin 4 Stück wie man sieht äh damit wollte ich jetzt noch was demonstrieren ähm damit ihr das dann auch mal seht und zwar wenn ich jetzt hier eins so rein mache dann sieht man das geht jetzt schon viel viel schneller als vorher und wenn ich jetzt das so mache dann ähm geht das nochmal schneller und äh wenn ich jetzt hier Chickens noch hinzufüge dann wird das immer schneller und maximal 16 und 16 Stück kann ich ja machen ähm natürlich wird immer das gezählt was am wenigsten da ist also wenn ich jetzt nur 16 auf einer Seite mache eins auf die andere dann wird halt das 1er gezählt immer das schlechteste Chicken sozusagen und wie man sieht das geht äh langsam ratzfatz ähm je mehr Chickens ich habe desto ja fast komme ich nicht mehr hinterher also ähm das ist schon der Wahnsinn zack und zack ist schon das nächste da und alter das geht echt wahnsinnig schnell ähm ja wie man sieht also ja das ist schon nicht nicht verkehrt und so kann ich das jetzt praktisch durchlaufen lassen ich äh werde jetzt einfach davon noch ein paar viele machen weil die Smart Chickens sind die die halt ähm sehr viele Eggs legen und ähm ich weiß nicht wie viel ich davon brauche ähm ich mache einfach mal ein paar und wenn ich jetzt die hier rein äh lege zack 16 Stück da drin und man sieht wow okay gut so viele werde ich davon nicht brauchen okay es ist faszinierend schnell Wahnsinn ähm also gar kein Problem und selbst wenn das Ding voll ist ähm der produziert als weiter und füllt dann halt die Lücken auf und wenn halt nichts da ist dann ist halt nichts da und ja so kann man eben Eggs produzieren gar kein Problem und wow jetzt habe ich ein paar Smart Chickens ten 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 wunderbar gut das war es dann hiervon von Chickens ähm erst mal das werde ich dann vor allen Dingen offscreen noch machen vor allen Dingen dass ich die anderen Sachen noch habe die man braucht und wow endlich ich habe es tatsächlich geschafft ein Aerodium Crystal zu bekommen wunderbar damit dürfte auch diese Quest tatsächlich zu Ende sein und wie man jetzt hier mal sieht ähm ich habe hier jetzt alles mögliche drin ja und zwei von den Litherite Crystal und ein Aerodium also wirklich nicht viel ähm ja von den Kristallen und wie gesagt man braucht davon hier sechs Blöcke für die ähm für den Laser für die Laser Lins und äh ja sechs mal neun also von dem Aerodium Crystal und äh ja dann um den auf Tier 2 zu heben wären das nochmal sechs Blöcke davon und für jeden dieser Blöcke hier wo man dann glaub ja um die 30 braucht äh von Structure Frame Tier 3 äh Tier 2 braucht man dann nochmal jeweils zwei Stück also zwei Crystals ähm pro Structure Frame ähm also jede Menge und ja das lief jetzt eine ganze Zeit wie man ja an den Ressourcen sieht es ist ja schon einiges drin und äh ähm ja das ist der Wahnsinn ich werde davon auf jeden Fall noch einen zweiten bauen ob ich noch einen dritten und vierten machen werde weiß ich noch nicht vielleicht von den Tier 1 damit der Tier 1 zumindest schneller geht weil eigentlich teuer ist es nicht ähm ja aber das werde ich dann sehen ähm auf jeden Fall einen zweiten werde ich noch machen den mache ich dann hier hin ähm werde dann auch das MI System dafür machen und äh die Stromversorgung werde ich auch anders machen ich werde mir von Mechanism ähm ähm die äh Quantum Dinger machen die dann ähm ja muss ich jetzt gerade mal nachgucken die es ermöglichen auf jeden Fall Energie durch die Gegend zu schicken so äh da muss ich jetzt gerade mal gucken ob ich den mal schnell finde ist eigentlich ähm eine recht einfache Sache und auch nicht wirklich schwierig zu machen Teleporter Energizer ähm das Ding sieht doch irgendwie speziell aus hier ähm genau dieses Ding hier ähm wie man sieht Refined Obsidian die Atomic Alloys die Dinger hier was kein Problem ist und eigentlich nur das Teil und das ist ein Teleporter Core auch der ist nicht schwierig die werde ich mal ins ähm Autocrafting eintragen weil damit kann ich eben äh Liquids, Gases, Items und eben auch Energy durch die Gegend schicken in einen rein in den anderen raus ähm ist sehr sehr praktisch werde ich jetzt hierfür nutzen Ender.io hat eine ähnliche äh Funktionalität auch damit könnte ich das machen der ist aber ein bisschen schwieriger zu bekommen ähm weil man da die Enderman Heads in dieser einen Maschine da unten in einem Slice and Splice braucht ähm also komplizierter zu craften deswegen nehme ich jetzt den von Mechanism weil der auch nicht verkehrt ist ähm weil er einfach einfacher ist in dem Fall für mich zu machen naja gut dann würde ich mal sagen was ist von dem Part im nächsten Part werden wir uns dann weiter mit Chickens beziehungsweise vielleicht sogar schon mit Environmental Tech äh äh auseinandersetzen je nachdem wie viel ich von den Crystals tatsächlich dann schon bekommen habe sollte ich schon genügend von den Crystals haben werde ich auf jeden Fall hier so eine Lens machen ähm kann ja jetzt nochmal kurz ähm hier zeigen wie man die macht wobei ähm ja so müsste ich das machen ähm wobei das echt nicht wirklich schwierig ist dann tausche ich hier die Lens aus dann habe ich da eine erhöhte Chance sollte ich so viel haben glaube ich allerdings nicht und ähm ja wenn ich dann noch nicht so viel habe dann kann ich auch mit Environmental Tech noch nicht viel machen aber den da werde ich auf jeden Fall noch aufstellen und hiervon vielleicht auch noch einen zweiten mal schauen je nachdem wie langsam der ist das werde ich ja dann sehen gut wie gesagt dann war es das von diesem Part wir sehen uns im nächsten Part wieder also bis dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal